Mit zwei Toren natürlich eine entscheidende Rolle gespielt hat. Hier haben wir ihn auch schon, die Nummer 11, der allerdings den Zehner gibt. In der Mannschaft von Robert Michael Daniel Materna treibt den Ball auf die gegenüberliegende Seite. Ali setzt den Kuturak, keine schlechte Variante, ganz starke Eislation vom Griechen. Aber wieder eine gute Aktion, auch von Dario Petscherev, der einfach ein richtig guter Stürmer mit dem Rhythmus im Vorhinein. Ja und da ganz klar ist Foul. Man muss sagen, die haben sich die Klagen von da ein bisschen einlohnen lassen, das PR von Julian Weinberger. Genau, der geht durch. Moussa Ali, Moussa Ali nimmt Tempo auf, geht da wieder vorbei. Moussa Ali, kaum vor. Er hat sich den Ball von hinten geholt, den Spiel eingeleitet, dann ein paar Meter nach vor gegangen und dann wieder. Auch gleich am Ball gewesen, Okanaydin, Moussa Ali, der Bremen. Genau. Hat sich da allerdings nicht wirklich durchsetzen können. Moussa Ali wieder wendig und dahinter sind drei. Jetzt wieder Moussa Ali, ich bin begeistert, wenn er am Ball ist. Moussa Ali, hoi. Verhältnis bei den In-Viertlern. Hätten wir mal einen Plus. Seitenwechsel funktioniert auch für Messing, aber der kann den Ball dann nicht gut annehmen. Und Moussa Ali spielt im Gegenzug schon wieder seine Geschwindigkeit aus. Kommt auch am Verteidiger vorbei, spielt quer, Riesenschon. Für Amstetten-Trainer Jochen Fallmann für die Mittelfeldzentrale, guter Spielmacher. Und jetzt gibt es Freistoß für Amstetten, Foul an Moussa Ali. Moussa Ali. Zwei dicke Ausgleichsmöglichkeiten gab es für Amstetten nach der Pause. Materna in der 48. und dann Moussa Ali nach Vorarbeit von Tanja. Gegen Lovnitz hat Moussa Ali ja in der letzten Runde sein Premierentor in der Liga für die Amstettener erzielt. Jetzt ist er da schon wieder am Ball. Gibt es noch einen Lucky Punch für die Amstettener. Noch eine Flanke rein in den Strafraum. Und da hat Peha noch die Chance. Gibt es noch eine Flanke rein in den Strafraum. ¡Qué gusta, qué gusta! Bravo, Edmund. ¡Bien a gusta! Bravo. Ps. Ja, ja, Kuku, Kuku, Kuku. Kuku, Kuku. Kuku, Kuku. Kuku, Kuku, Kuku. Kuku, Kuku, Kuku. Brauch mal nicht! Enger! Enger! Kommt! Ja! Verhielt! Ganz wichtig! Wichtig! Ganz! Ja! Ja! Halt! Ja! 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.